Heyo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wolf, heute auf dieser wunderschönen Piraten-Schiff-Map. Ich bin gespannt, wie die so aussieht, was es hier so alles gibt und mal gucken, ob wir als Wolf oder als Schaf, mal gucken, je nachdem, was wir werden, die anderen töten können. Leute, wir sind hier heute, so weit, Ronja, gehen wir weg hier, auf einer neuen Map. Wir sprennen nämlich die Map Piraten-Bucht. Also, Flo sieht schon verdächtig aus wie Wolf. Also, ich bin schon weit voraus mit einem Lederhelm. Ich muss sagen, wir haben jetzt hier ab heute, lieber Schummel, der hier die Map gebaut hat, der hat drei neue Maps eingefügt, die man spielen kann und der hat den Shop überarbeitet. Also, wenn man sieht, es gibt für Rubinen im Schaf-Shop, Aragorn-Rüstung, Exo-Panzer, Dierschwert, Heavy-Duty, man kann sie jetzt wiederbeleben. Den Wolf, so, den Slime-Panzer einsetzen. Und Slime-Panz ist, glaube ich, disabled oder nur einmal pro Mensch irgendwie. Slime-Panz ist nicht disabled, kann ich dir sagen. Ah, okay. Ja, aber Slime-Panz ist reduziert vielleicht. Slime-Panz ist, glaube ich, reduziert, ja, ja. Ja, irgendwie. Vorher war das ja irgendwie merkwürdig, dass man da irgendwie fünf Uses hatte. Es gibt da einen legiten Steinbuch hier. Ja? Am und vor, wir haben alle jetzt neue Models hier drin. Wunderschön auch. Also, ich habe noch nie was so ästhetisch Ansprechendes gesehen. Ey, warte ich in der Mine, hier ist alles leer. Naja, ich nicht. Hä? So, dann gucken wir mal, was wir hier... Du hast einen Tank des Lebens gefunden. Was ist denn hier schönes? Oha! Oh, das Eisenschwert ist jetzt günstiger. Warte, man kann man nicht kaufen für Lebensrenter? Die Map ist ja mal riesig irgendwie. Oh, ich hab natürlich Pfeile holen. Ich hole mal ein paar Pfeile. Und ich finde keine einzige Sache hier. Ich schon, die ganze Zeit. Ganz kurz will ich anmerken. Ey, soll ich wirklich dran reden? Aber das Lebensretter, wo man jemanden wiederbeleben kann, findet man nur, glaube ich, einmal pro Match in der Kiste. Und Juri, das ist gefunden. Juri, kann jemanden reviven? Bei mir ist Tops. Okay. Tops bei mir. Fluch stinkt. Pass auf. Bestimmt, Gornet. Oh, mein. Ich warte schon auf dem Schiff drauf. Kann man jemand gerade zu mir kommen? Ich bin gefangen in einem Pistengeheimgang. Bei so einer Miene. Und ich bin da irgendwie reingelaufen. Jetzt steck ich drin. Oh, danke. Hey, wo ist es? Der Mama Julian hat mich gefunden. Hey, bist du in den Geheimgang eingesperrt? Ja. Oh, Mann. Aber ich war eben drin. Es gibt pro Map drei Geheimgänge. Julian, brauchst du vielleicht einen Lederhelm? Guck mal. Hier. Oh, nein. Alter, ich finde nichts. Es ist alles leer. Aber Julian ist bei mir. Wenn ich sterbe, war es Julian. Königinnen oder die Königinnen. Das ist echt tief. Wahrscheinlich sterbe ich auf Fallschaden. Wahrscheinlich ist es nicht Julian. Rückzug die Sauerstrage. In diesem Geheimgang. Nein. Oh, mein Gott. Hey, seid ihr gestorben? Nein. Nein. Aber, ich muss sagen. Wie habe ich das überlebt? Ich mache keine gute Arbeit, aber ich finde die Map geil. Flo, 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 Flo. Okay, Flo. Nein. Nein, nein, nein. Du bist es nicht. Ich bin der Shit nicht. Ich bin der Shit nicht. Du hörst einen Schrei. Ja. Ich bin der Shit nicht. Ich bin der Shit nicht. Ich habe aber Julian gesehen. Das heißt, es ist entweder du oder... Also, ich habe Julian gesehen. Ich habe die Kicks wieder drin. Nee, gell? Schlagstock, Lebensretter. Ich habe die Chest von... Hey, Topps? Oh, ich habe endlich ein Steinschwert. Ich habe ein Problem. Ich kam hier nicht mehr hoch. Ich bin hier. Hä? Irgendwie auf euch regieren wir gekillt. Julian, bist du das? Nein, Julian habe ich gesehen. Nein, Topps... Äh, Flo, du hast jemanden getötet. Ja, du bist es. Nein. Wir waren es nicht. Wir haben uns gegenseitig gesehen und Topps redet nicht mehr. Das heißt, du bist nicht derjenige, der tot ist. Warum schreit Topps denn Flo? Ja, weil du ihn getötet hast. Nein, habe ich nicht. Nein, nein. Viel offensichtlicher geht es nicht. Ey, schwöre. Du kommst zum Schiffen oder... Ich komme zu dir, okay? Ja, versuch's mal. Oh, ich habe Propine. Ey, ich trauze. Keine Frage. Julian ist auch verdächtig. Nein, so muss ich sagen. Ja, Julian hat nichts gemacht. Ich will aber, Julian, du holst mich, meinst du? Hä, wer ist es denn jetzt wirklich? Ja, du! Jetzt komm runter und kämpf mit dem Mann. Okay, Topps. Ähm, ich kann nicht wiederbeleben, gell? Kann ich das kaufen, warte mal? Ich glaube, ich brauche hier einen anderen Problem. Man stirbt, glaube ich, an Falsch an. Ich wäre definitiv gestorben, wenn ich das Slampad nicht gehabt hätte. Ansonsten wäre ich dead. Aber wenn du hier runterspringen willst, du kannst es versuchen. Da unten ist Lava. Nein, Julian, ich glaube, passt schon. Weil man kann nur einen Trang des Lebens kaufen runter. Und ich kann den nicht betaufen. Warte, warte, ich schmeiß einen Trang des Lebens runter, ja? Okay. Nein, okay. Du musst irgendwie trinken und ich weiß, wie das geht. Hast du? Ja, hab ich. Du musst ihn trinken. Ich muss ihn trinken. Und verheirst du im Chat aus, wie du wiederbelebst. Soll ich mal wachen? Ich springe runter, okay? Ja, springe. Ach, genau, dann kann ich dich wiederbeleben. Kommst du? Ich komme zu euch. Alles klar. Warte. Ich habe leicht Angst für euch allen. Warte mal. Äh, wieso kann ich den... Äh, Wolfsdurren? Das funktioniert irgendwie nicht. Der Trang des Lebens ist einfach weg, sobald du den versuchst zu trinken. Äh, ich habe leider keinen Pfeile. Äh, ich vertraue keinem von euch. Du bist der Einzige, der noch lebt, Flo. Tops, 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 tops. Also wer auch immer der Wolf ist, ja? Wenn derjenige eine Chance haben möchte, mich zu töten, muss er durch einen Pistengeheimgang gehen und dann einen unmöglichen Sprung machen, an dem man hundertprozentig an Fallschaden stirbt. Ansonsten war's das. Ansonsten bin ich unerreichbar. Ich komme auch leider nicht mehr hoch. Ich kann mich aber selber in Lava executen gehen. Falls das Sinn und Zweck des Ganzen ist. Aber das sind die zwei Möglichkeiten. Aber ich kann von unten schießen. Also, ha. Ha, 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 ha. Junge, du bist so safe geworden. Ich komme hier nicht raus. Ich wünschte, ich könnte hier raus. Ich will hier auch kämpfen. Aber ich bin hier seit... Ey, ihr wollt ja keinen Spaß. Jetzt mal wirklich, du bist an einem unerreichbaren Ort. Ich bin an einem unerreichbaren Ort. Bei Tobes ist der miesste Typ, den es gibt... Ehrlich? Tobes hat einfach Julian getötet und sagt, Flo, 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 Flo. Und das... Kein Witz. Ich war so sicher, dass du's warst, Flo. Weil ich Julian gesehen hab die ganze Zeit. Und wie wir gerade erfahren haben, gibt's anscheinend als Wolf einen Fake-Schrei. Oh, der war so... Oh, das war so mies. Das ist echt so, Julian, sieht so witzig aus. Ich wusste nicht, dass der Map-Betwickler schon... Also, der Schummel schon eingefügt hat. Ich dachte, der macht das im nächsten Update. Ist aber mega nice, so was. Der hat nämlich alles überarbeitet, das, gell? Ja, das ist richtig cool. Ja, das ist bei mir bei uns in der Lederhose. Jo, meine Lederhose. Also, bietet euch vor Geheimgängen, die ins Nirgendwo führen. Dann seid ihr da für immer gefangen. Das ist der größte, ich dachte. Ey, pass auf. Ist es wirklich Julian? Also, wie wir gerade erfahren haben, es gibt einen Fake-Schrei, den man als Wolf kaufen kann anscheinend. Alter, was? Okay, ich bau für jetzt jetzt mal hoch. Ich bin hinter dir, Flo. Ey, hier ist Julian bei mir. Julian, ganz ruhig bin mit dir. Ich zieh rüber, das ist jetzt die Frage. Ey, wann, wo bist du? Ich bin noch auf dieser Brücke. Ich war in eine andere Richtung gelaufen. Ich sag, es ist Rojay. Rojay. Also, ich bin scharf. Du bist ein scharf? Ja, ich bin auch scharf. Wo ist du, Ops? Ja, ich bin schon immer kein Scharf. Ich seh hier, Tops. Ich bin bei Tops. Ehrlicher Tipp ist, ich glaub, es ist Ronja. Ich auch. Warum? Weil Ronja böse ist. Ronja ist ein böser, böser Mensch. Ah, lustig. Ist euch mal aufgefallen, dass Tops leichte Aggressionen gegen mich hegt? Ja. Jede Folge. Weil Ronja böse ist. Irgendwann sammle ich die Sache und blö. Ey, ich bin glaub mit dem Geheimgang. Warte mal. Ich glaub, das ist dieser Holzen, Tops, gell? Ja, genau. Ja, genau. Geh da nicht runter. Egal, was du machst. Geh da nicht runter. Egal, ich fall nicht runter. Ach, da bist du runtergefallen. Ich bin da runtergefallen. Ich stand auf diesem, auf diesem Absprung weiter runter, aber. Ja, ich darf nur sagen, sie will Slime-Bads einfach wegwerfen. Das ist ein bisschen unfair. Und ich, oh ja, hier ist auch ein Slime-Bad grad. Egal, ich werf's einfach jetzt hier. Ja, genau. Ein Slime-Bad. Ein Slime-Bad. Ey, lass bitte, alles. Ohne Slime-Bad wäre ich nicht in die Situation gekommen. Lass wirklich, ja, deswegen. Ich glaub, Slime-Bads sollten ja echt gar nicht da sein. Ja. Lass mal so bitte keine Slime-Bads benutzen. Ich mach einen Schlag-Schlag, okay. Ich weiß, ich glaub, der ist stärker als anderes. Julian, komm bei mir. Oh mein Gott. Julian erschreckt mich über. Er kamert sich eigentlich. Diese kleine, dicke Kugel kommt auf mich zugerollt. Vor allem mit dem kleinen Kopf. Es sieht so witzig aus. Er ist einfach so. Er sagt nicht mal was, weißt du. Er kommt einfach nur an. Er kommt einfach nur an und. Ey, wo seid ihr denn? Ich komm zum anderen. Der Test ist aus hier. Ich bin hier, äh, ich seh Julian. Ich erkenne aus der Ferne nur, dass es Julian ist. Ich bin so ein Merk mit dem Körper vor. Das ist sehr verstörend. Äh, so, warte mal. Wo bin ich immer? Ey, soll ich da mal reingehen? Ey, wo gibt's denn die eigentlich Kisten? Die Map? Oh lord. Also an sich wirkt sie ganz groß, aber wenn man die mal... Es gibt auch Kisten überall eigentlich. Es ist eigentlich ganz gut gemacht. Er sagt doch doch auf dem Piraten-Chef. Am Piraten-Chef gibt's nämlich richtig viel Loot. Oh nein, bin ich nicht. Leider. Ich wünschte, ich wäre da. Oh mein. Dann guck ich mir mal. Oh, hier ist so eine Mine. Ah, das ist das, was ihr in der letzte Runde geredet habt, hm? Hä, was? Ja, bei der Mine. Ja, bei der Mine. Ich bin hier mit diesem, äh, Unterwasser-Dings. Äh, nicht Unterwasser-Dings, aber unterirdischen Schienennetz. Ach so, was? Da war aber schon wer. Da, da, wo du gestorben bist, oder was? Ne, 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 ne. Es gibt doch was anderes unterirdisches. Hä? Wie? Hä? Naja. Ach ja, du meinst das normale mit den Schienendings? Ja, genau, genau, genau. Hier liegt die Zweinkart rein, gell? Okay, alles klar. Ich, äh, gehe wieder weg aus dem... Ist definitiv schlecht, also... Hä, wer ist es denn jetzt? Ronja oder Julian? Ich bin's nicht. Ich glaube, es ist Ronja. Also ist es wahrscheinlich... Also, an sich... Also, ich sehe... Ey, ich sage nur mal hier so, okay? Ich habe ein bisschen Angst grad. Ich sehe... Zweifel an euch. Ich sehe Flo und ich sehe, äh... Irgend... Ich glaube, Julian. Ja. Also, Tops, ich sehe grad niemanden speziell an. Tops hat sich grad geänderperlt. Ja. Was? Geänderperlt, ja. Anderperlen sind okay. Ich wollte grad sagen, Flo. Hauptsache, ich glaube, Flo ist es. Ich glaube, es ist Flo. Ich bin es nett. Ja, Flo ist es auf... Ja, ich gehe tatsächlich an dir, weil... Tester ist nicht aktiv gerade. Das gibt's einen Tester. Ich gehe zu euch und droppe meine Waffe, okay? Ja. Okay, ich droppe mein Holzschwert. Ich bin... Ich komme auf die Brücke. Lass uns auf die Brücke treffen. Soll ich mir nichts kaufen? Yes, äh... Eisenrüstung. Nein! 24! Ich kann mir kein Eiseres zu kaufen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Also, ich wäre hier bereit für einen offenen Kampf. Ey, wo seid ihr denn alle? Gegen den Wolf. Gegen den Wolf. Ich mach Wolfssucher. Ich mach Wolfssucher. Okay, mach Wolfssucher. Treffen wir uns auf der Brücke vorm Schiff, okay? Warte, dann guck ich nehm ich in der Zeit nochmal einen Shop. Nehm ich eine Eisenrüstung? Ne. Entweder Tops oder Julian. Es waren noch 10 Gold. Okay, alles klar. Nice. Tops oder Julian. Hä? Hä? Oh ne, nicht schon wieder. Oh mein Gott, Tops legt ab. Oder ist es doch Tops? Es ist Flo. Es ist 100% Tops. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Es ist... Vertrei mich nicht. 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 Hoppala. Tops ist so ein unglaubliches Lack schon wieder, gell? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Tops ist. Ich würde sagen, wir töten Tops. Nein, ich werde Flo töten. Ich werde... Ja klar, weil du der Wolf bist. Nein, nein, nein. Mach mal so. Ich werde jetzt auf Flo gehen und dann... Oh. Oh mein Gott. Ja, jetzt hat Tops Julian getötet. Ja, Julian. Ja? Flo? Oh warte, ne. Tops hat Flo getötet. Offensichtlich. Ich bin doch nicht mal in der Nähe. Bist du ne... Also, mir ist egal. Ich töte jetzt beide von euch. Ah, so eine bist du also. Ja, weil ihr seid ja... Einer von euch ist ja Wolf. Haben wir jetzt ja schon rausgefunden. Und du bist böser. Ja gut, das haben wir auch schon rausgefunden. 100%. Ja? Ja? Nein, das Ding ist, er hat sich... Okay. Man kann sich nur einen Wolfskaster holen. Meiner ist ja irgendwie zu einer Eye of Ender geworden irgendwie. Keine Ahnung. Aha. Verdächtig. Ja, sehr verdächtig. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum das auf einmal eine Eye of Ender ist. Genau. Super verdächtig. Alles klar. Würde ich sagen. Glaube ich auch einfach nicht. Will ich jetzt so einen Schlagstock? Ist meine Frage. Oder nicht? Weiß ich nicht. Das bringt einfach... Ist der Schlagstock besser als das Eisenschwert? Warte mal. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Das ist einfach nur so ein... Hä? Ups. Was ist der Lebensretter? Hä? Hä? Fragen über Fragen. Ich glaube, Flo ist einfach nur irgendwie zu blöd, denn halt mehrere von diesen Dings umsagt. Warte. Vielleicht war... Genau. Vielleicht war das ein Schrei. Warte mal. Wo seid ihr denn jetzt beide? Zeigt euch. Ich hab grad irgendjemanden hier gesehen. Ich war's nicht. Oh ne. Geh nicht in den Geheimgang. Ich bin ja bei ihr. Ich bin in Ruhe. Okay. Ich habe... Rüstung. Ne, hab ich nicht. Oh, hier ist Flo. Hier ist Flo. Hier ist Flo. Hahaha. Ich hab's mal gesagt. Also äh... Wo seid ihr denn? Ja. Hier. Willst du Stress hören? Hey. Was ist das? Was? Flo. Warum? Was ist denn das? Alles klar. Wo seid ihr alle? What the hell? Was war denn das? Komm her. Was? Ich wollte gerade mein Weapon Case aufsachen. Ich hatte so viel gesperrt. Endlich auf mein Weapon Case. One was is one. One was is one. Und ihr seid keine peige Mädchen. Äh... Ich war so kurz bevor. Hahaha. Komm jetzt bitte. Eben seid ihr. Ich bin auf der Map, Flo. Muss doch mal aufpassen. Ah, auf der Map. Ich hatte gute Rüstung. Komm doch. Wenn ich ordentlich gekämpft hätte. Wenn ich schnell reagiert hätte. mein Weapon Case gerollt hätte. Dann hätte ich Flo töten können. Sag ich. Nein! Er hat irgendeine gute Waffe. Er hat irgendeine gute Waffe. Was? Komm, 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 komm. Enderpeller. 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 Nein! Ich kann keine mehr kaufen. Nein! Jünger, aber es war richtig knapp. Es war richtig knapp. Nein! Was war denn das für eine Waffe, in der du mich abgeschossen hast? Auf geht's! Neu! Ich geh jetzt in die andere Richtung. ohvale ich wäre auf's Schiff. Wenn du sagst auf dem Schiff er ist viel Loot! Ich bin in Schaf! Das war ein guter Sprung von mir. Ich bin so llass... O mein Gott! Meine Mutter hat es mir nicht erlaubt. Meine Mutter hat gesagt ich darf keinen Spongebob essen. Du bist Schaf Und da steht auch noch du bist außerdem auch jodler. Steht das wirklich,地 Her justamente. Leuter Typ hab ich das eingefügt... Du konntest jetzt auch Jodler sein, die geheime Klasse. Die Leute haben 10.000 Like geschafft, deswegen hat er das, glaube ich, eingepflügt. Wir haben es immer gesagt, gell? Ja, ich weiß. Aber wo ist der aggressive Tobias als, äh... Haben wir nicht gesagt, wir fügen die Klasse aggressiver Tobias ein? Okay, okay, okay. Leute, 10.000 haben nur auf die Folge und wir fügen aggressiver Tobias. Die nur Tobias kriegen kann. Und er wird verlangsamt und das war's. Hallo, Flo. Schreibt in die Kommentare, was aggressiver Tobias' Item machen soll. Das Bild einfach tupst. Ich würde mich kaufen für wieviel Rubine, für wieviel Geld. Wahrscheinlich einer sagt mir so, ja, kaufen für gratis. Ja, würde ich sagen, ist ein fairer Preis für den aggressiven Tobias. Leute, dass ihr wisst, was du tun hast, Daumen hoch lassen, uns alle abonnieren. Dann fügt der Typ das ein. Jetzt mal Julian, keinen Spaß hast, du wügelt es im Chat. Das ist ja so witzig. Ich kann in den Screenshot zicken. Ja, und was steht da? Du bist außerdem auch noch der Judler. Judelst so laut du kannst, oder? Ja, wie geil. Schummel 8, wenn du uns hier siehst, Grüß geht raus, nicht mehr, geil. Alavin? Das ist super lustig. Nein. Der Typ hatte eigentlich fast keine Zeit hier, das Update zu machen. Also... Generell, dass er jetzt so viele Maps dazu gefügt hat, ist richtig cool. Ja, man, ey. Leute, wir müssen mal eine Runde machen, wo Schummel mitspielt. Ich glaub, wir haben jemals gefragt... Ey, 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 ey! Die Dix ist es... Wer? Wer ist es? Ja, Ronja, Pechschrei, Pechschrei Ronja. Verdammt. Wer ist es? Tops? Nein, nein. Ich glaub, wir hören das. Ich glaub, wir hören das. Nein, es ist Tops, es ist Tops, es ist Tops, es ist Tops. Hä? Ich weiß der Name nicht eingefallen. Wenn Ronja das ist, dann ist Ronja richtig gut, okay? Aber ich glaub mal, es ist Tops. Oh mein Gott. Ich bin so ein Moron. Ich bin... Ja, weil du nur Wolf bist wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich hab viele Schafe, die grad tot sind. Ich werd euch rechnen, okay? Wir sind jetzt im Jürgens. Beziehungsweise im Jürgens. Ja, wie kannst du jemanden als Wolf töten, der gar nicht so schlecht bist? Warte mal, ich werd... Ah, der Böse. So, zack. Ich bin nicht der Wolf. Nein, bin ich nicht. Alter, wir kriegen irgendwie viel Gold hier, gell? Warte mal, so. Quality Perfect, okay, zähk ich. Ich weiß gar nicht. Warte mal, das ist mit sich komplett egal. Oh, ich war noch vier Rubine. Und ich auch vier Rubine, ja, ab dann bin ich unbesiegt. Jetzt die Top 10. Julian, das ist in meinem Leben. Ja, genau, Tops. Genau, Tops. Oh! Was war das? Irgendwie von euch hab ich grad geblitzt. Au, 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 au. Ich wurde grad geblitzt, zum muss ich... Ja, ich wurde auch geblitzt. Oh, Julian, Julian hat das... Oh mein Gott, Tops. Ich weiß nicht, wo du bist, du bist in der Wolf, Tops. Ich trau dir nicht. Das ist tot. Okay. Oh mein Gott, das ist so gut gespielt. Ich muss sagen, dadurch, dass Julian ja normalerweise nicht redet. Hallo? Okay, dann bin ich halt alleine hier. Ja, wer auch immer ist noch Kat, äh, nicht am Reden ist. Ist halt so, dass irgendwie... Ich hab, um ehrlich zu sein, echt keine Ahnung, wer von hier ist. Ich hab's Gefühl, er hat eine heftigste Chance. Aber ich würde euch nieder machen. Das würde ich machen. So, zack. Tatsächlich. Soll ich mir... Soll ich mir Argon Rüstung kaufen oder Heavy Duty? Ich hab keine Ahnung. Heavy Duty ist die Minigran. Das heißt, er hat einen Gehör wahrscheinlich. Nur vier Minuten. Also, Wolf, äh, ich will mich mal sputen, wenn ich du wär. Ich hab... Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich für Julian bin gerade. Weil eigentlich hat er mich getötet. Aber... Warum rede ich gar nicht mit mir? Das ist tatsächlich eigentlich so interessant. Er wäre auch immer von euch. Der Wolf, äh, würde gerne mit dir reden. Okay, wir können ja einen Dinos machen, okay? Er macht die ganzen Kisten einfach nicht hier auf. Er denkt sich auch so, nö. Also, so ist es ja nett. Also, ich bin ja eigentlich... No need. ...handelskräftig hier. Hallo? Ich bin bereit. Ich weiß nicht, was er alles hat an Items. Ich leider kann es im Mittag ja nicht sehen. Es muss jeder drauf hinauslaufen, dass sich keiner findet. Aber ich muss sagen, ich vercamp mich hier, okay? Ich bin die ganze Zeit hier auf Streife unterwegs. Auf Streife. So wie es sich eigentlich gehört. Ehrenhaft. Jetzt fallen sie. Okay. Guck dir meine Rüste an! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub, sie schießen hier. Du bist so schlecht, mich zu treffen, gell? Oh mein Gott. Komm her! Jetzt schießen sie aneinander vorbei. Auf geht's! Komm her! Was? Wieso nehmen die überhaupt keinen Schaden? Das war, glaub ich, ein cleverer Move. Was ist denn? Ja, er hat doch nicht gewonnen. Ich werde ihn kriegen, ich werde ihn kriegen. Warte mal! Wo ist Enderpelle, Enderpelle? Ich glaub nicht, dass er ihn kriegt. Ey doch, ich werd's machen! Auf geht's! Oh nein! Das ist alles getrasht! Oh! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Dann, das war's doch für diese Fall gewinnen sie. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und einen Kommentar und schaut unbedingt bei den anderen vorbei. Bis nächstes Mal! Ciao! Ciao!